Grete Weiser, geboren als Mathilde Ella Dorothea Margarete Nowka, war eine deutsche Bühnen- und Filmschauspielerin. Leben Jugend Die Tochter eines Hochbauunternehmers wuchs in Klotzsche und Dresden auf. Sie besuchte die Höhere Töchterschule und die Friedelsche Privatschule in Blasewitz. Mit 17 Jahren heiratete sie den Süßwarengroßhändler und Fabrikanten Josef Weiser. Das Ehepaar lebte zunächst in Dresden, 1922 kam der gemeinsame Sohn zur Welt. Nachdem ihr Mann das Kabaretttheater, Charlotte, am Kurfürstendamm in Berlin gepachtet hatte, absolvierte Grete Weiser dort erste Auftritte als die Söße. Kurze Zeit später zerbrach die Ehe, sie wurde 1934 geschieden. Grete Weiser war nun als alleinerziehende Mutter auf sich gestellt, sie nahm Gesangs- und Schauspielunterricht und absolvierte Auftritte als Soubrette und Komikerin in zahlreichen Kabaretts, Revüen und Operetten. Von 1928 bis 1930 war sie an der Volksbühne in Berlin tätig, trat dann in verschiedenen Berliner Kabaretts sowie auch als Chansongsängerin auf. Weitere Auftritte hatte sie unter anderem am Thalia-Theater in Hamburg oder am Komödienhaus in Dresden. Die Filmschauspielerin Grete Weiser stand 1930 erstmals und ab 1932 regelmäßig vor der Kamera. Als Filmschauspielerin war sie in der Nebenrolle, schlagfertige Zofe, gefragt, beispielsweise in der romantischen Komödie Eskapade. Als Sängerin hatte sie in dieser Zeit erfolgreiche Schlager mit Chansons wie »Der Vamp« oder »Emil Seine Hände«. Ein Durchbruch gelang ihr 1937 mit Erich Waschnecks Film »Die göttliche Jette«. Weiser brillierte darin als eine junge Sängerin, die sich mit gesundem Selbstbewusstsein und Berliner Kodderschnauze behauptet und zum gefeierten Star aufsteigt. Ebenfalls 1937 spielte sie die Hauptrolle im Film »Mädchen für alles«. Danach spielte sie fast nur Nebenrollen in Filmen aller Sparten, in denen sie jedoch das gesamte Repertoire ihres komischen Talents zeigen konnte, so unter anderem in Rolf Hansens »Die große Liebe«, in Helmut Keutners »Wir machen Musik«, in Karl Fröhlichs »Familie Buchholz« oder in Georg Jakobis »Die Frau meiner Träume. Dem Ansinnen, dem Vorstand der Reichstheaterkammer und damit der NSDAP beizutreten, widersetzte sie sich erfolgreich. Nachkriegszeit im Film »Der Nachkriegszeit« spielte Weiser in zahlreichen Unterhaltungsfilmen mit, oft als obsiegende Witwe, resolute Tante oder gefürchtete Schwiegermutter. Ihr Markenzeichen blieb auch weiterhin, Herz mit Schnauze. Sie war zu sehen in Hans Deppes Ferien vor mich, als erholungsbedürftiger Bühnenstar Käthe Greiser »Meine Kinder und ich«, Lemkes Sell. Witwe oder so angelt man keinen Mann und wirkte in insgesamt mehr als 100 Filmen mit. Zu ihren wenigen Auftritten beim Hörfunk gehört die 1949 produzierte Komödie »Du kannst mir viel erzählen« mit Heinz Rühmann und Elfriede Kuzmani. Ab 1934 war sie mit dem UFA-Produktionschef Hermann Schwerin liiert. Die beiden heirateten am 21. März 1958. 1949 spielte sie unter der Regie ihrer Freundin Ida Ehre in Hamburg erstmals auf der Bühne die Rolle der Mary Miller in der Komödie »Das Kuckucksei« von Irma und Walter Firner, die zu ihrer Paraderolle wurde. Sie spielte diese Rolle alle zehn Jahre und nannte sie daher scherzhaft »Meine Oberammergauer Passionsspiele«. Ebenfalls auf der Bühne hatte sie 1953 Erfolg als Mutter Wolfen in Gerhard Hauptmanns klassischer Gaunerkomödie »Der Biberpelz«. 1966 hatte sie in der deutschen Erstaufführung von Friedrich Dürrenmatz' Theaterstück »Der Meteor am Thalia Theater Hamburg« als sterbende Toilettenfrau Nomsen eine ernste Charakterrolle. In dieser Rolle schlug sie ungewohnt leise, ernste und böse Töne an. In den späteren 1960er Jahren sendete das Fernsehen viele heitere Theaterstücke. Das ZDF sendete zahlreiche Stücke mit Grete Weiser. Eines der erfolgreichsten Stücke war »Keine Leiche ohne Lilly«, die deutsche Adaption der kriminalgroteske Bissi Buddy des britischen Bühnenautors Jack Popleywell. 1969 begannen die Vorbereitungen zu einer Neuauflage von »Das Kuckucksei«, das diesmal, am 26. September 1970 auch im ZDF übertragen wurde. Dem waren die Dreharbeiten zu der sechsteiligen Fernsehreihe »Theatergarderobe« nach Drehbüchern von Horst Pillau vorausgegangen. Weiser spielte darin eine resolute Garderobiere, die als guter Geist der Schauspieler hinter den Kulissen wirkt und für alle Lebenslagen einen passenden Rat auf den Lippen hat. Tod und Grabstätte Grete Weiser und Hermann Schwerin verbrachten ihren Urlaub im Herbst 1970 in Oberbayern. Am 2. Oktober waren sie mit einem von Schwerin gesteuerten Citroën DS unterwegs. Ebenfalls im Auto saßen eine Haushälterin und die Wirtin der Pension, in der das Ehepaar wohnte. Bei der Fahrt kollidierte der Wagen in Untersteinbach bei Bad Tölz Frontal mit einem vorfahrtberechtigten LKW. Während die anderen Insassen des Autos sofort tot waren, starb Weiser erst nach Rettungsversuchen von Nothelfern. Sie wurde 67 Jahre alt. Grete Weiser und Hermann Schwerin wurden am 9. Oktober 1970 auf dem landeseigenen Friedhof Heerstraße im Berliner Bezirk Charlottenburg bestattet. Der regierende Bürgermeister Berlins Klaus Schütz, zahlreiche Kollegen Weisers und mehrere tausend Menschen nahmen an dem Begräbnis teil. Auf Beschluss des Berliner Senats ist die letzte Ruhestätte von Grete Weiser seit 1978 als Ehrengrab des Landes Berlin gewidmet. Die Widmung wurde 1999 um die inzwischen übliche Frist von 20 Jahren verlängert. Trivia Ab 1934 besaß sie ein Sommerhaus am Blauen See bei Neuwiednitz. In Neu-Ulm wurde eine Straße nach ihr benannt. Sie befindet sich in der Nähe eines Kinos und weiterer Straßen mit Schauspielernamen. Auszeichnungen 1968 Verdienstkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ush florge 22uxacing 238 237 238 249 259 2419 259 6 25 trynt 258